Hallo Giving Smiles! Wir sind heute bei Justinas Familie zu Besuch. Hier ist Justina und das ist ihre Großmutter. Wir waren vorher auf dem Markt und haben wichtige Grundnahrungsmittel eingekauft, so wie Reis und Boden und Mais mit Pucking-Oil. Justina hat Schulbücher bekommen, damit sie besser Englisch lernen kann, ein Moskitonetz und eine Tafel mit Kreide. Alles für die Schule. Ja, das ist respektvoll und heißt Dankeschön!